Und jetzt gibt es eine amerikanische Frauenärztin, die sagt, das darf man gar nicht machen. Das ist total problematisch, sagt sie, in die Dusche zu pinkeln. Aus zwei Gründen. Erstens ist es so, wenn man sich daran gewöhnt, dass fließendes Wasser und Pipi machen zusammengehören, weil der Geist das ja irgendwie lernt, dann ist es halt auch so, dass die Blase sich immer meldet, wenn man mal kurz abwäscht oder so. Und der andere Grund ist der, dass wir Frauen anatomisch so gebaut sind, dass wenn wir stehen und pinkeln, wir uns nicht komplett entspannen und damit nicht komplett die Blase entleeren können.